Norddeutscher Rundfunk 2021 Don't call me 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 Fuck, Alter Jetzt geht's Oh, Licht Scheiße Spät, Mann, ey Früh, Mann Das ist ein Jahpo Youtens собственно Yoshi Now Teg Teg Hau Pau Wir haben uns endlich angezogen. Es war ein bisschen schwieriger als gedacht und laufen ist nicht so schnell. Jetzt gehen wir in unser schönes Hotel. Es war fünf Stück. So, wir verlassen jetzt das Hotel. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben uns Zeit gelassen. Oh oh, ich merke es jetzt so fresh. Oh fuck, ist das fresh draußen. Wir sind jetzt in der U-Bahn und jetzt wird alles fertig. Ich denke mal auch. Ah, was soll das? Die quietscht ein bisschen. Alter, mein Ohrmann. Scheiße, ein Ohr. So, wir sind aus der Bahn raus. Was dagegen wird auf den Glocke gekommen? Und wir haben coole Leuchte schon getroffen. Mega coole Kostrater. So, jetzt haben wir wieder eine Völkerwanderung. Völkerwanderung. Wuhu, Völkerwanderung. Wie kommst du denn da raus? Das ist doch vollkommen normal. So, wenn ich filme, ist der Arm immer sehr kurz. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Kongelände. Und wie man sieht, ist hier schon ein bisschen was los. Wie. Ich bin jetzt. Wie. So, wir haben es endlich geschafft, wir sind auf dem Konngelände. Und wir haben schon ein paar lustige Leute gefördert. Irgendwie sind wir anders. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist unsere liebe, liebe Wey. Die ist so cool. Ich meine, Todoroki ist so hot. Oh, wir haben uns erst mal die Frechnein. Jo, wir haben Leute getroffen, die wir letztes Jahr kennenlernen durften. Wir haben uns ersteigert letztes Jahr für viel Geld. Für viel Geld. Ich hoffe, das war es wert. Das war es wert, ja. Und ja, es ist super cool, wieder so viele Leute zu treffen und sie haben wunderschöne Kostüme. Ich hoffe, das war es echt wert. So, hi! Hi, wie bei euch? Das war eine coole Victor. Dankeschön. Sie war so, so lieb und hat unserem Juri eine Silbe-Madelle geschenkt. Ja, hat sie für die. Ja. Oh, danke schön. So, wir haben noch was gegessen. Das war ja auch mal nötig. Ja. Wir mussten ganz dringend uns tränken und... Tränken? Tränken und füttern. Und jetzt gehen wir zum Bring-and-Buy. Schauen uns das nochmal an. Und dann wollen wir in den Japan-Park-Garten. Japan-Garten. Ja, Japan-Garten. Wir schauen. Ja. 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 Wir sind jetzt nochmal in den Park gegangen und machen noch ein paar Sachen. Ja. 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 So. Es ist echt schön, wir ruhen uns mal aus, weil wir die ganze Zeit nur gelaufen sind. Normalerweise suchen wir uns immer eine Base, wo wir uns halt hinschillen, aber irgendwie kamen wir jetzt gar nicht dazu. Aber dazu, mehr dazu später. Und jetzt chillen wir erstmal eine Runde und dann gucken wir, ob wir noch ein, zwei Sachen aufnehmen. Ja, dann ist es schon bald wieder vorbei. Ja, dann gucken wir mal, ob wir spontan für morgen vielleicht doch vorbeikommen. Ja, das wäre echt schön, weil wir haben schon irgendwie Lust uns zu versteigern. Aber das werden wir dann später nochmal sehen. Genau. Hallo. Juhu. Willkommen auf der Liebeslounge von Victor und Juri. Oh mein Gott. Spaß. Wir kommen zu unserem Abschlussvlog. Die Dokumi. Sie war... Wow. Einfach nur krass. Sie war wunderschön. Sagen wir mal Highlights der Con. Es gab so viele Highlights. Ja, es gab wirklich überraschend viele Highlights. Juhu. Ja, da war mal der Akku auf einmal leer. Ja, deswegen machen wir jetzt den Rest vom Abschlussvlog. Okay. Gefällt es immer? Wir waren stehen gewesen bei den Highlights der Con. Wir haben halt Leute getroffen, die wir halt selber folgen und mega feiern. Wir haben dann selber die Leute angesprochen. Es ist halt auf verschiedenen Social Media Plattformen folgen und es ist halt super interessant, sie dann mal vor Ort kennenzulernen. An dieser Stelle... Dankeschön! Es war so cool! Also jeder von euch! Ihr wart so cool! Ich glaub eine halbe Stunde waren wir in Zeichen-HW und haben die fantastischen Werke bewundert, die dort halt ausgestellt werden. Und natürlich auch fleißig eingekauft. Ja, ein bisschen übertrieben, aber manchmal kann man das halt machen. Ansonsten... Ja, wir haben uns dazu entschlossen, morgen tatsächlich noch hinzufahren. Ja. Also wir werden wahrscheinlich keine Karte kaufen, aber wir werden auf jeden Fall im Park sein. Und ähm... So, als nächstes kommt... Die Wiimai Kai. Die Wiimai Kai hat schon Zulauf bekommen in den letzten Jahren. Und ähm... Wir werden auf jeden Fall davon vloggen. Und uns da ein Bild machen von. Wer da noch nicht war... Ihr seid herzlich willkommen! Gut! Dann... Tschüss! 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 Danke dir! Es war ich toll! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.